Osterbrunnen schmücken auf dem Marktplatz. Allein hier in Ebermannstadt sind es 19 an der Zahl, mehr als 400 in der gesamten fränkischen Schweiz. Um jeden Brunnen kümmern sich rund 10 Ehrenamtliche. Traditionell sind das die Männer fürs Grobe, also für den Aufbau, und die Frauen für den filigranen Eierschmuck. Die Vorbereitungen gehen meist schon im Oktober los. Da werden die Eier bemalt. Den Brauch gibt's seit mehr als 100 Jahren. Um Nachwuchssorgen vorzubeugen, lassen sich die Bastler auch mal was einfallen. In einigen Orten bekommen Kinder für selbstbemalte Eier einen Schokoladen-Osterhasen. Das Schöne ist, dass die Kinder einen Bezug aufbauen zu diesem Osterbrunnen. Ich wohne gleich neben dem Brunnen. Wenn die Leute vorbeigehen, gehen spazieren, die Kinder werfen einen Blick hin, schauen, ist mein Ei noch da. Das ist ein schöner Bezug, den wir herstellen können zu den Osterbrunnen. Mit ihrem Heimatort und dem Brunnen identifizieren sich auch ein paar Kilometer weiter in Weichenfeld die Leute. Seit ich klein bin, kenne ich den Brunnen, weil ich nebendran wohne. Ich gehe zur Haustür raus und stehe schon vor dem Brunnen. Deswegen bin ich immer wieder gern dabei, zum helfen. Kaum Nachwuchssorgen, also auch hier. Junge Männer in den 20ern treffen sich mit ihren Nachbarn aller Altersklassen zum gemeinsamen Osterkrone binden. Jetzt haben wir die Spitzen und dann schaut das auch gleichmäßig schön aus. Genau. Genau. Und am Schluss, du musst es zusammendrehen noch. Okay. Das ist gleichmäßig. Früher hat man die Brunnen geputzt. Nach dem Winter sind sie sauber gemacht worden. Und dass man gewusst hat, welcher Brunnen, das sauber gemacht ist, dann ist der geschmückt worden. Und das ist das Brunnenputzen. Und das machen wir heute noch. Und das machen wir auch stolz. Nach drei Stunden ist die Krone fast fertig. Während die einen das schon mal begießen, machen sich die anderen auf zum Brunnen. Geschmückt wird der, aber erst am Samstagnachmittag, wenn die Fastenzeit zu Ende geht und alles geputzt ist. Ein bisschen was ist noch zu machen. Aber dann wird er nicht mehr so, sondern so aussehen. Und das ist das Schöne. Der kleine Brunnen in Weichenfeld wird genauso geliebt wie der allergrößte in Biberbach. Mit mehr als 11.000 Eiern hat's der sogar schon ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Als größter Osterbrunnen der Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017